Das Besondere bei uns im Autohaus Wiegele ist, dass es uns inzwischen seit über 130 Jahren gibt und wir uns seitdem immer mit dem Thema Mobilität beschäftigen. Mit Autos haben wir nicht angefangen, sondern es war damals das Fahrrad und dadurch haben wir eine sehr, sehr lange Erfahrung, was das Thema Mobilität angeht und auch was Autos und das Ganze drumherum angeht. Hinter drei Wiegele steckt für den Kunden nicht nur das Thema Autokaufen oder das Thema Werkstatt, sondern ein gesamtes Mobilitätsangebot, eben alles rund ums Auto. Das ist Neuwegen kaufen, das sind Gebrauchtwegen, das ist aber auch das Thema Reparaturservice bis hin zur Versicherung, zur Finanzierung oder auch zur Karosserie und Lackiererei. Also wie gesagt, alles rund ums Auto können wir anbieten. Aktuell ist es so, wir merken, dass die Nachfrage nach Fahrzeugen, die vor Ort sind, relativ groß ist und da haben wir natürlich einen Vorteil, dass wir einen sehr großen, schönen Gebrauchswagenplatz haben, wo die Kunden sich umschauen können und auch die Schauraume voll bestückt sind und da ein wirklich sehr vielfältiges Angebot dem Kunden unterbreiten können. Die Nachfrage nach Fahrzeugen Die Nachfrage nach Fahrzeugen Die Nachfrage nach Fahrzeugen